Servus Leute. Servus Leute. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Heute spielt ich wieder. Hier spricht Davis. Hier spricht, ja ich Davis, das war gerade Woody. Und wir haben so ein neues Pokémon gefangen und dass wir endlich Davis getauft haben. Ein Witz und Blitz. Das ist das Über Pokémon, es hat so viel Angriff. Ja, es ist bis jetzt noch nicht so stark, aber es wird noch... Es war so unglaublich. Wir werden es ja jetzt leveln. Es ist unglaublich. Mit Schwalbini, damit sie sich endlich in die Rennen. Ich weiß es auch scheiße. Das war's falsche Rennen. Ah, da kommt der. Oh, wo du... Ich dachte mir schon, dass ich dich hier finde. Und wo mag Maike sein? Ach so, die beiden sind ich zusammenträgt. Ja, okay. Interessant. Ganz klar. Perfekt. Professor Birk... Wo denn das Pokémon auf... Wo das? Bitte achte ein wenig auf Maike. Man nimmt sich nicht rein. Man sieht sich, wo das ist. Auf Maike? Wo ist das? Das ist ein Doppelkampf. Oh, yes. Scheiße soll ich nicht mehr machen, ne? Das ist Gewohnheit, ne? Ja, übel. So. Dann zeigt mir mal, was ich so drauf hab. Oh Gott. So ein paar Wasser-Pokémon wäre das cool. Warum ist das nicht? Die haben Plus-Lumminum. Echt jetzt? Bitte nicht. Nein! Aber mein Fritzschubitz ist höher als euer Plus-Lumminum. Haaaa! Du sollst jetzt jetzt Zeckel ein. Oh, was hat sonst drauf? Oh, was hat sonst drauf? Oh, ein Volltreffer. Alter! Bist du verrückt? Was? Oh, scheiße. Ich glaube, wir haben ein Problem. Oh, nein! Du, der Schäme ist! Wechsel zu Rappi. Okay. Das wird ein langer Kampf. Oh, ja. Oh, Davis! Oh, Davis! Oh, Davis! Geh erst mal auf 1, immer. Ja, ja. Das heißt, ich... Das wird ein sehr, sehr langer Kampf. Dann weiß er. Und wir setzen nun... Absorber? Ich hab keine Ahnung. Wir probieren's. Wir probieren's. Warum mal eine rechte Hand? Oh! Oh! Oh, das ist ganz gut. Oh, das ist... Das ist so ne Scheiße! Das ist... Der Kampf dauert ewig. Oh, mein Gott! Wir setzen's mal ruckzucki mal. Oh, ja. Los! Nein! Das heilt sich gleich wieder. Aber dann kommt dann noch eins. Nein! Oh, mein Gott! Dieser Kampf! Was ist das? Los! Mach's fertig, Davis! Jawoll! Davis, du bist der Killer, Alter. Jawoll, so ist es. 120. Ich weiß, dass ich der Killer bin. Jeder kriegt einfach 120. Hahaha! Kasimir! Uuuh! Gut, das nächste machen wir kaputt. Ruckzuckiib! Das ist nur bei Chance. Oh, mein Gott. Das ist langweilig. Alter, das zockt ja gar nix. Oh, mein Gott. Okay, warte. Dann müssen wir... Verfolgung. Probier mal Verfolgung. Ja, okay. Hm, ja, schon besser. Schon besser. Nein! Setzt du das auf mein Ding ein, du dumm Kopf, du. Du dumm Kopf. Du dumm Kopf. Echt jetzt? Du heilst dich? Ja, was denn das für Pussys, Alter? Ich weiß nicht, ich hasse die Mino, um so ein Pluses und Scheiße. Ja, ey, das nervt. Und Mistviecher. Ey, der ganze Part geht... Der Kampf geht der ganze Part lang, ey. Hätten wir vielleicht das reinnehmen sollen. Hm. Es bringt's doch gar nicht die Folge. Nein! Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, der... 5 Minuten! Krass! Ist doch witzig. 5 Minuten! Wow. Perfekt. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Hart. Noch ein Viecher. Zwei Viecher. Scheiße. Egal. Es ist nur noch ein Viecher. Es bringt nichts mehr. Hör doch auf rechte Hand reinzusetzen. 5 Minuten für den Kampf. Oh, egal. Das zieht sich doch an. Alter, wie heftig. Das zieht sich. Halt doch mal dein Maul jetzt. Was denn? Was zum Let's Play, man? Ich weiß, aber trotzdem. Ich muss so viel rausschneiden, wenn du so viel dummes Zeug war willst. Was war ich denn für? Ja, jetzt brauchen wir den Aufnehmen. So, ich wollte die ganzen Let's Plays durchgehen. Das sagst du mindestens, fast jeden Let's Play 10.000 Mal. Was denn? Was müssen wir denn aufnehmen? Schrei mal raus. Ja, das Leveln. Aber das ist ein cooler Kampf. Der hat echt noch eins. Sorry Leute, dass ich das jetzt machen muss, aber... Ich hab keine Lust mehr. Ich hab einfach keine Lust mehr auf diesen blöden Kampfer, Alter. Das nervt langsam einfach nur noch. Er hat sich schon wieder gehalten. So. Geschafft. Gott. oh Gott! Okay Wozu brauch ich den? Da hinten geht's weiter Wo? Links Ja, ich weiß Warte, 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 warte. Ich habe doch was im Beutel was mir hilft Hä? Haben wir den Parahalter schon eingesetzt? Wir haben gar keine gekauft Wir hatten aber einen. Den haben wir schon längst eingesetzt. Dann muss ich noch mal kurz zurück zum Pokémon-Sender. Du wirst das jetzt echt mit Fritzenwitz machen. Ja, ich muss das leveln. Hallo? Ich muss das leveln. Davies. Alter Junge, was ist denn dein Problem, Alter? Will ich doch nur weg haben. So. Let's go. Flitzelblitz. Das ist scheiße. Ich kämpfe jetzt gegen die da. Wir kriegen gleich Zerschneider her. Wir haben einen Zerschneider. Stimmt, danke schon. Den haben wir alles beigebracht. Missgeburt. Ach ja, stimmt. Missgeburt. Tut mir leid schon, dass es so lange her seitdem wir es gestockt haben, Alter. Das merke ich mir noch nicht. Oh Gott. Das schafft man nicht. Da muss ich wechseln. Oder? Schwalbin. 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 Schwalbin, ne. Genau. Mach's immer so. Ja, muss, muss. Es geht nur anders. Wenn noch so behinderte Pokémon kommen, dann auch noch was. Level up. Echt. Absorber. Super. Alles klar. Stirb. Danke. Wieso schläft es jetzt? Hammer. Alles klar. Alles klar. Soll ich's nicht groß. Oh Gott. Was soll das, Alter? Alles klar. Gute Erfahrung. Ich muss das bekämpfen. Nein, musst du nicht. Lass's doch, Schwalbin einfach wieder aufwecken. Echt jetzt? Ja klar. Lass's einfach wieder aufwecken. Okay. es ist fast 22 22 ja schläft tiefenfest lass uns ein bisschen schlafen soll ich so lange nicht vor stuhlen alles klar ist es auch noch vergiftet das könnte ja auch mal wieder aufwachen ist wieso ist das jetzt eingeschlafen also es war vielleicht außer power es hat alle es hat alle arena kämpfe gemacht hat schon längst ihren schlaf bekommen in einem pokémon center es muss ewig lang schlafen abholen um eine schlügelstatt weiß was jetzt aufsteht schläft tief und fest spavini ist das dein ernst das ist jetzt echt dein ernst aufgewacht endlich sag ich doch spavini vernichte es dankeschön ein volltreffer sogar noch ist ja zwei locker verliebt zwei auf einmal 16 200 erfahrungen immer nur ein angriff ja guck mal bei spezialangriff ja ich weiß es bringt es auch 22 aber es könnte ja auch mal wieder was lernen wie ein donnershop ach oma lady ja zum beispiel einfach irgendeine geile technik schwarbini wickelt sich hart 22 22 schwarbini du bist ein meister das wird so schwarbos geile glückwunsch dein schwarbini wurde zu schwarbos er ist der bus er ist der bus perfekt das haben wir noch in diesem part mit erleben können bis zum nächsten mal tschau tschau